So, ich nenne mal heute ein bisschen besser als gestern, weil gestern hab ich jetzt alle Videos hier löschen. Naja, ich hab ja gesagt, da hab ich ja den Stream in zwei, drei Folgen. Aber wir könnten da vielleicht... Nein, Platz zwei war bei, aber ich hatte keinen Kill. Ah, der zweite Platz, aus meiner Sicht. Da am Erdwort, da dachte ich mir schon, dass du da wieder hin willst. Ich hätte mir gedacht. Wir müssen nicht. Ne, ne, ich hätte auch das vorgeschlagen jetzt. Die reden hier vor mir, die... Ah, jetzt drehen sie ab. Oder hier, so zwei vor mir. Die da, das geht da. Ah, ich seh sie. Ah, ich seh sie, ja. Aber die gehen genau auf das rote Haus natürlich, ja. Könnten aber hier hin. Ich hab schon was geboppelt, genau. Ah, oder da, genau. Dein Primärziel ist, dass sie alle zu töten. Wiesste, da bei der kurzen Leiter bleibt man immer an der Leiter hängen. Wenn du so ne lange Leiter hast, ja, wo du dran hängen bleiben willst, da fällt er immer runter. Ja, regelmäßig. So, haude. Genau, haude. Gehen wir mal, was heute los ist hier wieder bei Verarschungszonen. Genau, Verarschungszone. Ja, ist ja ein Spiel. Naja. Wie gesagt. Wie gesagt, ja. Muss man sich ja nicht überlegen. Ja, wahrscheinlich sind sie hier drinnen irgendwo. Wenn sie nicht sogar schon weiter hier rudelt sind. Da hinten, ja. Schon mal in dem Nebenhaus hier. Platten sind wieder Mangelware. Ja, Packen sind gerade Mangelware. Schade. Schokolade. Na ja, dann. Guck mal. Hier mal kicken. Hier mal sonst. Ein bisschen Geld. Die werden, glaube ich, weiter Richtung Police Station sein, die da aufgelandet sind. Alle Türen noch zu. Da wo wieder dieser geile Shop ist, war. Ja. Immer noch keine Platte. Ne, ich auch nicht. Ich überleg, ob wir diesen Aufklärungsauftrag machen wollen, sollen. Gegner. Weil hier sind. Da. Ich glaube einer hat mich gesehen. Okay. Ich habe eine Luftschacht aufgehauen. Ich weiß nicht. 25 Erfahrungspunkte für irgendwas gekriegt. Keine Treffer. Okay, unten sehe ich jetzt keinen. Am Bus, Sven. Könnten da reingerannt sein in die. In die U-Bahn aber. Oder ins Nebenhaus. Ja. Ey, ich guck in dem Moment gerade nicht hin. Wir kommen beide vom Nebenhaus. Ich guck die ganze Zeit nach links zum Nebenhaus. Auf einmal sind sie da. Ich krieg einen Anfall. Okay. Dein Teammitglied ist der Schlag. Nur wer überlebt, wird erneut eingesetzt. Oben auf dem Dach, ne? Bäder. Hm. Ah, jetzt ist er runtergesprungen. Ich weiß nicht, ob sie einen Herzrack-Sensor hatten. Konnte ich jetzt nicht sehen. Ich bin dran, ja. Cool luck. Okay, die haben sich hier Loadout geholt. Am Shop gerade. Wahrscheinlich ist einer noch oben. Ah. Einer ist hier noch auf dem Dach, der mit dem Disco da kommt. Ey, ey. Ich weiß nicht, was man machen soll. Bin ich zu? Ich habe mich nicht einmal getroffen. Wahnsinn. Immer einen Millimeter am Kopf vorbei. Krass. Ich weiß nicht. 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 Ja, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. irgendwie aber der hatte nur noch 22 lebenspunkte okay er hat echt glück gehabt ich meinte danach wo ich noch mal vier rausgedrückt habe dass da eigentlich schon eher vorher meiner meinung nach zu revolver ist glaube ich einer der wenen pistolen mit der man auch anvisieren sollte tatsächlich aber was für gute macht kann gerade nicht so nehmen ich werde den truck dann eben dann nochmal bei der feuerwehr durch hat war wieder der fehler den ich immer mache der erste gegner kommt ich fange sofort an zu schießen anstatt ich warte bis beide vorbei gerannt sind und dann rücken falle das muss ich mir echt weil der wäre mir vorbeigelaufen glaube ich der typ ja aber die jetzt du hättest du nicht kommen also auch wenn du eh ein ko ja hättest nee das stimmt aber mit die mit der termitgranate die hätte ich noch ja und nicht damit ich selber treffe mit der kann ich mit der bin ich profi also ich habe die mittlerweile rausgenommen die ist zwar geil aber ich habe mich so oft schon selber damit getroffen dann nämlich lieber semtex oder sowas die bleibt ja auch haften im zweifel aber da irgendwie kann ich mit der nicht umgehen genau wie ich in cold war eigentlich überhaupt ja keine sachen werfen kann ich werfe die immer zu lang zu kurz oder total schräg mit der animation dazu hat total scheiße ist meine meine nach überhaupt keine flüssige bewegung so ja ich habe die zugehört ja natürlich antworten war ja auch keine frage gestellt ich habe überlegen ich muss jetzt erstmal auf den turm vielleicht ist ja hier eine legendäre kiste so ich könnte natürlich jetzt zu dem shop hierhin fahren ist wahrscheinlich das cleverste und dann fahr ich gleich weiter in die zone mit dem truck oder zur lieferung genau in die andere richtung na ist ja geil die erste idee ist immer die beste die zone zieht sich jetzt auch da zu kalt war heute heute morgen war richtig kalt also jetzt tagsüber ging es wieder aber heute morgen war echt fürchterlich kalt ganz schön ich bin ja nicht so vorne am autos ringen aber nicht am typen sondern dahinter das auto wollen wir zur ausrüstungslieferung oder wo treffen wir uns ne ich hab jetzt schon was markiert also kannst du ja mal gucken dass wir irgendwie in die zone reinkommen hattest du nicht den hamster in auftrag genommen ne ich hab den nicht mehr aufgenommen jetzt dann weil ich ja genug geld hatte hätt ich natürlich ja eigentlich hast du recht toller landen können aber er ist ja nicht schlecht soo jetzt hier oben heute ach so hier werde ich jetzt nacht scheiße ey also von oben sieht es gut aus man kann natürlich nicht in die häuser rin gucken aber so airfield und so ist alles leer leerfield quasi oh ich werde nicht abgdmr'd schon mehr ist egal vielleicht hier in polizeirevier das ist direkt beschockt aber wir haben sowieso nicht genug geld hier unten nicht mehr als unsicher da unten sind sie hier sind sie bei meinem blauen marker ok dann fahre ich da außenrum ja ich fahre außenrum vielleicht hier im polizeirevier da oben ja machen wir wenn ich komme schon ein Weg da ist es halt recht da bei mir ist jeder komm schnell so das ist geil weg keine ordentlichen Waffen ich habe perfekt Robi sehr gut danke war aber kein teamwipe ne das stimmt aber der Monika war gewollt wert so jetzt bräuchte ich mal ne ordentliche Waffelsabwechslung Milano oh Gott ey kein teamwipe ja denk dran ne ich bin hier bei den zellen jetzt erstmal hier hinten ich bin oben kurz mal durchschnaufen der hat ja nicht mal gelb war ja ey ne der hat ja auch nichts gehabt die arme so also aber alleine hätte der mich fertig gemacht weil der halt oben auf dem dach war ich glaube der ist obwohl doch ich glaube es war ein teamwipe sogar aber er hatte sein ich habe einen Herzschlag gesehen sein eigenes Kilo Gewehr komisch hat er doch gehabt hat er doch gehabt ja ja auf jeden Fall vielleicht war es halt ne war es vielleicht doch ein teamwipe bau du ja fährt aber weiter ich brauche unbedingt Platten wir müssen zu dem Shop und du musst Platten holen ja ja der fährt der fährt hier wahrscheinlich hoch zu uns hier nimm mal mein Geld da kannst du am besten zweimal Platten holen was in der Shop da unten soll ich dir von oben Deckung geben ich gebe dir von oben Deckung aber ich habe keine Platte mehr ich bin ruckzuck down ich mache mich jetzt zu Fuß dahin Auto Auto hier bei der bei der Police Station ist da vorne an dem Haus ausgeschieden super also ich trotzdem schnell los du müsstest weil wir brauchen die Platten ja wir brauchen die Platten auf jeden Fall ich weiß nicht wo der drin ist ich habe Angst nach oben zu gucken ich weiß nicht ob hier ein Fenster ist ich mache mich jetzt so in Richtung Shop einfach mal auf was soll's wohl erstmal nur ehnmal Platten bin mir halt nicht sicher kann er jetzt schlecht mitkommen oh warte mal hier liegt da ne Platte die sind ich kann noch einmal holen die sind aber nur in dem Haus da drin wenn ich komme also hier sind keine Schritte wenn ich komme mal eh mal zurück dann nehme ich jetzt erstmal Platten von dir die sind auf jeden Fall in dem blauen Haus da ich glaube die campen da einfach nur oder nur einer eventuell sogar ich mache mich auf den Rückweg ich gehe nochmal hier rein es kann auch sein dass der Totenstille hat na komm mal schnell zurück ich bin mir halt nicht sicher ob der jetzt hier ich habe halt keine Platten was der halt da macht in dem Haus in der Totenstille hat und mich jetzt pushen naja der snipet mich gerade an der hat mich gerade angelunzt dann ist er irgendwo scheiße guck mal ok da linkes Fenster oben war ok alles klar hol dir mal hier die Platten ab ja ich komme hier kann er rein snipen ich versuche mal irgendwie runterzukommen ich muss vorsichtig sein das Gas kommt näher neue Sicherheitszone wird markiert Herzschlagsensor ist ruhig er kann hier rein snipen oder? ja ja deswegen sei vorsichtig ich habe ihn getroffen aber kein Team äh kein Shield echtes Fenster war er Aktivität ich lege mich wieder hin sieht er mich hier? schwer zu sagen ich habe auch keinen Schalldämpfer hier ich würde eigentlich nicht sehen ja wenn der alleine ist müssten wir fast schon rein den pushen jetzt ey na ich geh wie kommt da hin irgendwo? ich bin das ich habe ihn gerade gewohnt ja linkes Fenster linkes Fenster der zielt gerade auf mich ich habe ihn wieder getroffen aber wieder nur eine Platte weg ich habe ihn nur auch angehittet kannst du ihn wieder treffen? ah ich glaube hier hat jemand das sind sie weg vom Fenster shield break rechtes Fenster? linkes Fenster? äh recht ist sowas rechtes Fenster das kommt dumme Saue ey du wüsstest auf jeden Fall kommt hast du noch Platten? ja eine noch kannst du mir noch eine geben bitte? ja ja klar das ist doch nur einer kannst du mir doch erzählen was du willst sonst wären die doch schon längst pushen gekommen ja ah jetzt hat er mich getroffen shield break ah er mich auch muss nochmal runter zum Shopplatten holen ey hängt da dran dass ich auch welche brauche ah ich wohl 5 dann bei der ist mal wieder voll ich muss halt nur mal gucken wo der jetzt ist hoch da ist er nicht mehr noch nicht er schießt ja warte sei vorsichtig ich muss ich komme gleich mit dem Platten nach ne wenn nicht versuch mal da zu bleiben du hast ja eine Sniper äh soll ich die Rückendeckung geben? ja guck mal ob du den irgendwie siehst ok betäubungsgranaten ich sehe nicht ich habe aber auch die Fenster nicht gut im Blick jetzt weil die seitlich sind oder wir gehen mal ran ans Haus beide naja also oh oben auf der police station Dach ja ok alles klar sehe ich nicht alles gut ja zwei zwei scheiße daneben geschossen ja sind doch zwei ach von hier habe ich gar keinen Blick auf die Station das ist ja geil wir haben bestimmt hier Loadout war naja wahrscheinlich da war einer da war einer aber der kommt hier gepusht bei mir natürlich hau ab hau ab haben wir genau falsch gemacht wir hätten nur von Anfang an haben aber warum warum ist es nur warum sind es zwei wo kommt der her weiß nicht was vielleicht hat dasselbe denselben Skin ne der sieht anders aus der sieht anders aus so ein Glatzkopf ich glaube gleich mal was wir jetzt noch machen können die kämpfen echt nur in dem Haus da nach denen bist du ja ach ich muss mir den Truck wieder zurückholen der ist jetzt natürlich genau da alter oder ich nehme mir das Ding glaube ich hier ich habe auch nicht gesehen wo sie hingelaufen sind es ist wahrscheinlich besser das zu nehmen das glaube ich auch wenn sie nicht sowieso schon runden das aufpassen halt von der Zone kommen sie jetzt auch wahrscheinlich besser eine Kiste stark legendär schade perfekt mal einen Platten ok gut hier geben wir mal den Platz ohhhh ohhhh nötig schade Robert sehr stark die sind auch in dem Haus äh warte kurz ähm Königsauftrag kein Hamsterauftrag ja doch hier äh da oh Gott ist das scheiße die Multitasking äh äh ich kann doch jetzt nur nur eigentlich im Film ich meine du bist alleine ich bin ein Profi ich siehst du drauf hast du nicht zu verlieren ist das hier ein Schwachleiter niemand nehmen kann? ja egal da wird jetzt letztendlich ein Selbstmordkommando so jetzt weiß nicht ob das eine gute Idee war na doch war's ich bin auf jeden Fall grad beschossen wo geht's denn hier rein? du musst an der Seite hoch ähm es ist halb ein Sturmgewehr ja schnapp dir den Auftrag und dann weg hier die kommen gleich muss hoch ja äh hoch springen durch die Wand nehmen kannst du den Auftrag nicht zufällig oder? wir würden es mal ausprobieren naja der ist auch ganz oben auf dem Turm glaube ich hier eher links raus glaube ich irgendwie die scheiß Treppe hoch einfach nur oh da war das ja kannst du geduckt laufen? hm gibt's noch ne alternative? ne gibt's nur da auch aber du kannst hinter der Wand Deckung nehmen du kannst doch hinter der großen Wand Deckung nehmen einfach rechts lang jetzt rutschen Sliden genau drüber genau so losrennen holen hinten runter springen Auto Headshot kassieren falsche Kelke Ding eingesammelt beim Kopfgeldauftrag stark achso gut da auf Kelke nicht mehr achten wenn ich so unterdruck bin alter das ist ja scheiße naja gut der grad jetzt gleich hier ja habs damit auch noch einen Rest hier eben ja auch mit der Explosion alter Schwede ein Krampf hier ey ihr hattet das sicher zu hallo was für dich nicht als haupti bei ihr also du bist zurück es ist so geil dass du noch in bei hast natürlich dein Kopfgeld schimmelt da aber das ist gut wenn siehst das zumindest ohne Schalldämpfer die Waffe ja einfach hinter den Steinen die können da eigentlich nur von gerade aus kommen genau Kopfgeld ist weiter in der Zone schon vorgerannt da dürfte jetzt keiner mehr sein ist noch ne Kiste mhm so ne schnelles kriegste die noch grüne FFR naja ich brauche uns sogar okay das tut jetzt lustig tendenziell vom Wald sind Sniper alles gut alles gut gab schon gar da hat man schon schlimmeres aber die Bedrohung du wirst ja auch gejagt das ist ja geil ja das meine ich ja das hatte ich irgendwie gar nicht gecheckt deswegen hab ich grad so gelacht Bedrohung 3 also hier ist wahrscheinlich wo du bist die werden wahrscheinlich oben auf dem Dach sein vom Angar klar oh vor dir auch links vor dir okay er hat dich nicht beschossen scheiße man brauchst du unbedingt Platten nach links weiter fahren von rechts kam sie nach links weiter fahren von rechts kam sie und Platten kannst du dir geben oder? da ist ein Bund da scheiße hier bist du aber ist egal egal Stück weiter runter noch Stück weiter runter noch sonst schießen sie dir direkt in den Kopf oh stark komm man ernst ruhig alles gut das nervt mich einfach tier schön der die Function Sachen die würde ich mir nehmen hier die ist geil sehr gut du musst jetzt du musst jetzt gleich weiter nach vorne ja abwarten und Tee trinken erstmal was die hier machen du hast noch eine Blend und einen Molly hier hinten reicht schon ein Stückchen würde ich noch ja genau ein Stückchen würde ich noch ja genau jetzt müsste es reichen eigentlich vielleicht noch ein bisschen ein bisschen nach links rennen das ist noch auch ne oh stark guck mal du hast ja eigentlich alle Zeit der Welt das Auto kann von wann du musst nur aufpassen wenn das Auto explodiert und das ist du musst mit dem Auto vielleicht sogar rausfahren und einfach probieren mit Roadkill keine Ahnung ich würde mal gucken wie jetzt halt die wie die jetzt halt kommen ich würde mal nach vorne gehen mal gucken ob irgendwelche Leute hier vorbeigelaufen kommen du musst früher oder später jemanden töten hast du eine schallgedämpfte Waffe von rechts oben kommen sie doch die ist schallgedämpft die ist sehr gut aber nur auf Close ja die kann ich ja ich weiß nicht auf Medium geht es noch grad so du bist unter den besten 5 hol dir den Sieg vier Gegner und zwei Teams zwei Zweierteams wenn du Glück hast aber tendenziell na hinter der Mauer wahrscheinlich auch Gas wo du anfängst zu husten kommt nicht raus ok mit dem Auto raus blend ja stark hier hinter ok ich glaube hier bist du ganz gut scheiße ja ich hab ihn gehört aber 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 gut Platz 3 krass ey mit dem Auto war gar nicht sicher aber was du da überlebt hast das ist voll geil siehst du das musst du da oben mal sehen das wer hätte sowas überlebt niemand das hätte keiner überlebt also gerade das ist ja auch alles spätestens beim rückwärts rausfahren mit dem Auto aus dem Bunker der schießt eigentlich der hat dich genau vor dir weil der oben auf dem Bunker hier ist die Blindthese auch hier der Endkampf zwischen den beiden das war jetzt alles eine Stolle aber ich hab jetzt halt Peche gehabt da wären wir zu zweit gewesen das war's mit dem Bunker wahl ja war natürlich auch geil das die Gräser ja auch offensichtlich aber wenn man Selbsthiederbelegung hat das sind nur halt keine Platten richtig ja immerhin noch meine Selbsthiederbelegung die Platten hättest du dir noch schnell gehen können hinter dem Stein genau der Typ hinter dir dann hätte ich dir auch schon früher Bescheid gesagt dass der da ist aber ich dachte ja das ist jetzt der Glubbe ich wusste dass der kommt ich hab auch durch diese man muss sagen die Schritte hört man glaube ich echt besser mit diesem Dolby Atmos aber ich konnte nicht mehr schnell genug aufstehen weil der lag und dann mit der Drehung das hat zu lange gedauert und ohne Platten dann ja